Wir haben hier, also gestern habe ich Sie ja schon gehört, wunderschöne Stimmen und auch wirklich für die Zukunft Hoffnungen, dass Sie Ihren Weg machen. Und jetzt können wir anfangen. Uh, uh, hallo. Aha. Mit roten Stiefelchen, sehen Sie, das hätte man zu meiner Zeit nicht getragen. So ein Tütü-Kleid und rote Stiefelchen, aber es ist süß, ja. Also ich muss noch was zum Kleid sagen. Man muss aufpassen, also wenn Sie Lieder abends singen, man muss aufpassen, dass das Kleid nicht alle das ganze Interesse des Publikums anzieht, nämlich Ihre roten Stiefelchen und das Tütü-Kleid, guckt man eigentlich mehr aufs Kleid und auf die Stiefelchen. Ich kann es auch wegnehmen. Es ist schon besser. Ja, es muss neutral sein. Also ich hatte noch, ich hatte meinen alten Pianisten, mit dem ich Jahrzehnte zusammen war, Jahrzehnte, ja fast, ja, der sagte, also Hugo Wolf, rotes Kleid, Schubert, blaues Kleid. Und so, man muss sich dem, also wenn man natürlich unterschiedlich singt, ist es egal. Aber ich meine nur, es hat so seinen Stil in der Musik und auch im Kleid. Und nie nach der neuesten Mode, immer klassisch, bitteschön, ja. Also die roten Stiefelchen, die gehen überhaupt nicht. Viel langsamer, bitte. Noch langsamer, noch ist Lento. Langsam, Lento, ja. Es ist zu laut. nein, 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 es ist zu schnell und es ist zu laut, und es muss Legato senden. Ganz langsam, und Sie keine Angst, keine Angst. Ja, bleib so. Untertitelung des ZDF, 2020 So laut! Nein, 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 Man muss da vor diesem Akkord, wo ist der Akkord? Hier, ein bisschen warten und noch leiser machen. Das geht aber wohl, wenn ich stehe, das ist im Takt. Nein, es ist nur das hier. War sehr schön, war sehr schön, aber keine Angst, langsam und leise und legato. Und nicht schneller werden. Entschuldigung, Herr Seelich, entschuldigen Sie. Jetzt muss ich gleich unterbrechen. Nein, es muss ganz legato sein. Es darf nicht und morgen wird die Sonne. Ja, nochmal. Ein paar Takte vorher vielleicht schon. Und morgen wird die Sonne wieder scheinen Und auf dem Wege, den ich gehe, werde, wird uns die Glücklichen. Ich muss gleich unterbrechen. Ich muss gleich unterbrechen. Sie haben einen falschen Zugang zum Lied. Der Zugang ist falsch. Sie müssen es auf sich sinken lassen. Sie singen jetzt das Lied. Das ist ganz verkehrt. Nein, 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 das ist genau verkehrt. Und es ist, es ist, sie dürfen, man darf auch nicht merken, wenn sie anfangen. Also das ist so. Und morgen wird die Sonne wieder scheinen. Und auf dem Wege, den ich gehen werde, wird uns die Glücklichen wieder ein. Es muss so einfach wie möglich kommen. Es muss so einfach wie möglich kommen. Und nicht singen wollen und nicht sprechen wollen. Ja. Alles nur legatissimo und heller. Ja. Nicht? Es ist so. Nein, 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 nein. Ja. Macht bitte noch einmal von Fugel. Sonst werde ich ganz nervös. Nö. Und morgen wird die Sonne wieder scheinen und auf dem Wege. Es ist zu tief, zu tief, zu tief. Wege, 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 wege. Auf dem Wege, den ich gehen werde, wird uns die Glücklichen, sei wieder ein. Nein, 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 nein. Nein, ich bin ganz nervös, es macht mich ganz nervös, es ist falsch, es ist falsch. Sie singen ja so schön, nein, Sie müssen vielmehr normal sprechen. Und wenn Sie sagen, wird uns Komma, die Glücklichen, sie wieder einen und ich wieder... Nein, 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 ganz normal. Es muss so einfach wie möglich sein, die Einfachheit ist die größte Schwierigkeit beim Liedersingen. Das ist klar. Nicht singen, nur empfinden, bitte. Nochmal, nochmal. Und man kann ruhig auch singen, man muss nicht nur pianissimo singen. Und morgen wird die Sonne wieder scheinen. Ja, na, scheinen und scheinen. Ja, ganz normal, sagen Sie es mir mal auf. Und morgen wird die Sonne wieder scheinen und auf dem Weg, den wir gehen werden, wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen, mitten dieser sonnenatmenden Erde. Und zu dem Strand, dem weiten Wogenblauen, werden wir still und langsam niedersteigen. Stumm werden wir uns in die Augen schauen und auf uns singt des Glückes stummes Schweigen. So, und wenn Sie das jetzt so singen, wäre es fein. Ja. Und morgen wird die Sonne wieder scheinen Und auf dem Weg, den wir gehen werden, wird uns, die Glücklichen, Sie wieder einen, mitten dieser sonnenatmenden Erde. Und zu dem Strand, dem weiten Wogenblauen, werden wir still und langsam niedersteigen. Stumm werden wir uns in die Augen schauen, Und auf uns singt des Glückes stummes Schweigen. Ja, pass mal, das musst du dir ausrechnen, also meistens bei Niedersteigen darf man nicht zu langsam niedersteigen. Und auf uns singt des Glückes stummes Schweigen. Einfach. Ja. Einfach. Und dann, ja, und vor den Augen muss man eine kleine Zäsur machen. Stumm werden wir uns in die Augen schauen. Nicht woanders hinschauen. Wenn man sagt, stumm werden wir uns in die Augen schauen. Das ist zu wenig. Es muss sein, in die Augen schauen. Das ist was anderes, als wenn man woanders hinschaut. Mach noch mal dieses, wo kann man denn da anfangen? Das war sehr schön, der ganze Anfang war prima. Ja, vor, da vor. Wo fängt man da an? Stumm. Ach so, vor stumm. Ja, und nicht zu lange die Pausen machen. Man muss dranbleiben. Also, Sie auch, ja, dranbleiben. Nicht, dass man sagt, eins, zwei, drei, stumm. Nein. Okay. Wenn Sie es empfinden, müssen Sie es singen, ja. Ist zu spät, ist zu spät, ist zu spät. Da, 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 da. Stuh, mit viel Stuh. Aha. Ja. Sonst steht das nicht. Stumm. Stumm. Werden wir uns in die Augen schauen. Nein, 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 nein. Sinkt es, schneller singen. Und auf uns singt es. Ganz normal, ganz normal, ganz normal, bitteschön. Ich singt es, da schlafen ja alle Leute ein, ne. Ja. Ist nochmal stumm. Und weißt du, dieses, das ein bisschen früher, weil du bist so stumm, sagst, bis das U kommt, dauert es ja ein bisschen, dauert es ja ein bisschen, ne. Stumm. 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 Ja. Und auf uns, wenn uns in den Augen schau'n. Nicht schweigen, nein. Das war nur jetzt zu laut. Und pass mal auf noch etwas, die sonnenatmende Erde, da muss die Sonne, also das weiß ich auch wieder von meiner Mutter, wenn die Sonne scheint, dann ist das O von der Sonne ein helles, offenes O. Sonne. Und wenn die Sonne nicht scheint, dann ist es eine Sonne, es ist geschlossener. Und sonnenatmende Erde, da darf keine sonnenatmende Erde sein. Eine sonnenatmende Erde. Komm, mach das Ganze noch einmal von Fuhren, mit Vorspiel, ja. Und denke dran, nicht in Mittendieser, immer Legato, Legato. Nein, voran. Vom Anfang, aber. Alles. Es ist gut ganz leise. Es ist so schön, dass man es noch einmal hören kann. Es ist auch cantabile, doch im Pian. Natürlich. Dafür, eine rechte Hand, ein bisschen mehr Linie, Linie, Linie. Ah. Entschuldigung, eine kleine Lache. Ja, nein, nein, nein. Sorry, sorry. Eike, sorry. Hallo. I would like the left hand less present. Less. Minimal. Nein, ich bin ничего. Ja, nein, nein, nein. 業 sud. Ja, nein. Nein, 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 nein. Ich binığı- Ahone. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stumm werden wir uns in die Augen schauen und auf uns singt des Glückes Stummes Schreien. Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr schön, sehr schön, sehr schön, achiliere euch beiden. Ach so, ja, das Tü-Tü, können Sie gleich anfangen zu tanzen, nicht? Spitzentanz. Ah, der Bariton Arturo.